Und damit hallo und herzlich willkommen im frostig-fröhlichen Los Santos und willkommen zum Special-Video von unserem Kanal. Wir beginnen uns heute auf die Schatzsuche, denn die Schatzsuche ist mit dem neuen Doomsday-Heist-DSC dazugekommen. Und auch wenn jetzt hier gerade unser Protagonist so ein bisschen irgendwie kurze Klamotten hat und es schneit, wollen wir dennoch die Schatzsuche beginnen und zwar müssen wir ein bisschen warten, wir bekommen dann hier ein E-Mail und die Thematik ist Schatzsuche. Und wenn wir die schaffen, die Schatzsuche, und den Ort finden, der uns hier angezeigt wird, beziehungsweise noch weitere Orte, dann können wir einen goldenen Revolver gewinnen und noch weitaus mehr. Aber das müssen wir erstmal schaffen, deswegen begeben wir uns jetzt erstmal auf die Karte und schauen, wo wir denn hin müssen. Und weiteres erzähle ich gleich noch, aber erstmal gucken wir denn, wo wir hier überall hin müssen auf der Karte hier von Los Santos. Und so wie es ausschaut, ist es natürlich der Los Santos Friedhof und hier ist auch das Fragezeichen und wir fahren einfach hin. Und so wie es ausschaut, ist es natürlich der Los Santos Friedhof. Die Schatzsuche hat so einiges Besonderes an sich, denn wir können, wenn wir alle Orte, alle Fundorte abgeklappert haben, einen goldenen Revolver finden, der ziemlich geil ist. Und jetzt sind wir nämlich auch hier angekommen am Friedhof von Los Santos, wo wir den ersten Hinweis finden können, beziehungsweise den ersten Ort finden können hier, wo wir die Schatzsuche triggern können. Und ich bin jetzt noch ein bisschen so rumgelaufen und wenn wir so ein Klingeln hören im Hintergrund, hört ihr das? Dann weiß man nämlich auch ungefähr so, wo kann sich denn der Hinweis aufhalten. Und der erste Hinweis befindet sich direkt hier. Der Schatz hat unsere Familie zerrissen. Er ist nicht mehr her. Ich habe ihn weggebracht. Ihr Penner werdet ihn nie finden. Das ist der erste Hinweis zum Schatz. Und jetzt müssen wir weitere drei Orte auf der Karte abklappern. Und wenn wir alle Hinweise gefunden haben, können wir dann zum Schluss letztendlich den Schatz auch bergen und werden den goldenen Revolver finden. Und der ist ziemlich, ziemlich geil. Und auch eine Challenge. Werde sich daran noch verknüpfen. Und zwar eine 50-Headshot-Challenge, bei der wir einfach mal, ja, 250.000 GTA-Tooler verdienen können. Und für Red Dead Redemption 2, ja, auf das Spiel sind wir ja irgendwie alle gehypt. Auf jeden Fall ich und ich denke noch viele, viele andere. Auf jeden Fall können wir für Red Dead Redemption 2 ja noch was freischalten. Dann müssen wir uns da mit Social Cup verbinden und können dann halt dafür auch noch was freischalten. Ist halt so ein kleines Rockstar-Easter-Easter-Egg für Red Dead Redemption. Aber jetzt werden wir uns erstmal zum nächsten Fundort begeben, beziehungsweise zum nächsten Ort der Hinweise. Und da sind wir ja auch schon hier bei der Plantage relativ im Norden. Und hier ist mit, wo ich ausgestiegen bin, direkt schon dieser Baum aufgefallen. Und am Baum wird wahrscheinlich auch ein Hinweis sein. Ich habe noch nicht geschaut, aber ich denke schon ziemlich, dass der so raus sticht, dass da ein Hinweis sein wird. Und wir haben etwas gefunden. Einen Koffer, eine Kiste mit einem leeren Abdruck eines Revolvers und Kugeln. Ziemlich geil. Der erste von drei Hinweisen haben wir nun entdeckt und wir müssen uns jetzt zum zweiten Ort begeben, um den Schatz finden zu können. Und wir werden jetzt direkt mal auf die Karte schauen, welcher Ort als nächstes uns hier angezeigt wird. Ich bin gespannt, wo wir den jetzt wieder hin müssen, denn wir müssen hier ziemlich weit reisen. Hier nicht. Hier sind wir ziemlich nah, Sandy Shores. Ja, da müssen wir einfach mal hinfahren und schauen, wo uns die heiße Reise hier noch hinbringt. Auf jeden Fall ziemlich geil. Auch wenn man die Revolvers für das GTA Online vielleicht nicht so effektiv nutzt, ist es aber trotzdem ziemlich cool, wenn man einfach dann noch die Challenger nachmacht mit den 52.000 GTA-Tollern und für Red Dead Redemption ist es noch freischaltet. Einfach, dass es halt so ein kleines Easter Egg ist, was sie hier noch mit eingebaut haben seit dem neuen Doomsday Heist. Die finde ich schon ziemlich cool. Und wir müssen uns mal am Strand hier umschauen, wo wir jetzt den nächsten Hinweis finden. Ob das jetzt vielleicht hier irgendwo im Wasser ist oder am Steg, am Bootssteg, was auch immer. Aber wenn wir einfach den Klängen hier folgen, dann finden wir auch eigentlich schon relativ schnell den versteckten Ort. Und so schnell ist der Ort ja, also so schwer sind die Orte ja auch jetzt nicht so groß. Jetzt ist gerade hier die Herausforderung über drüber geskippt. Jetzt hört ihr bloß den Sound, weil da jetzt gerade irgendeine GTA Online Herausforderung noch kam. Aber wir haben den zweiten Hinweis gefunden und müssen jetzt zum dritten, zum dritten letzten Hinweis, um dann den Schatz zu bergen. Und wir schauen jetzt mal, wo der letzte Hinweis ist. Einfach dem Fragezeichen folgen. Und da ist auch schon. Und das meinte ich gerade. Eine ganze Ecke weiter. Jetzt müsste ich über Berge fahren. Alter. Ja. Wahrscheinlich mit so einem fliegenden DeLorean ein bisschen besser. Den habe ich bloß noch nicht. Also noch nicht. Weil wenn man mal so dieses neue Update so reinzieht, alles was du da so kaufen kannst, ist so extrem teuer. Da brauchst du ein bisschen, um das freizuspielen. Und ich habe auch schon die Ambition, das auch freispielen zu wollen. Muss man einfach mal sagen. Und ich glaube, wir befinden uns hier an der Mine. Oder? Ne, das ist nicht die Mine. Ach Quatsch, das ist nicht die Mine. Das ist hier. Der Felsvorsprung mit einer Leiche, Alter. Und die ist eine Leiche. Oh, den hat es hart erbricht. Liegt da eine Buchse. Stiefel hat er noch an. Aber der Kopf hat sich ein bisschen verändert. Hinweis Nummer 3. Naja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum letzten Ort, den wir noch haben. Und da finden wir den Schatz. Da finden wir den Goldenen Revolver. Doppel Revolver. Doppel Revolver. Und mal gucken, wo die Schatztruhe sich verbirgt. Hier oben im Norden Sandy Shores befindet sich die Schatztruhe. So, ich habe mal das Auto gewechselt. Denn, ja, das, ja. Ich musste ein bisschen auf den Bergen rumkraxeln. Und das Auto hat sich da unten so ein bisschen, also mein, mein Auto hat sich da unten so ein bisschen, naja. Ich wollte nicht hinlaufen. Das wäre, das wäre zu blöd gewesen. Deswegen habe ich einfach mal ein neues geschnappt. Und bin einfach heiß auf den Schatz. Und ich gehe jetzt nochmal hin hier. Ludo-Rolle ran. Und jetzt los geht's. Und da finden wir jetzt hoffentlich den Revolver. Und es ist ein bisschen blöd, dass jetzt gerade Schnee bioben ist, wegen Weihnachten und so, bei Rockstar Games. Wir nehmen es ja gerade im Dezember auf. Ego-Best-Best-Best-Kiefe rein. Und hier finden wir den Schatz. Wir können mich auch noch umgucken. Easter Egg zu Red Dead Redemption. Und wir sehen auch, die Charaktere, die hier tot rumliegen, sind irgendwie Wild-Wild-West-Charaktere. Finde ich ziemlich geil. Und jetzt probieren wir mal den Schatz hier zu öffnen. Und gönnen uns den Goldenen Revolver. Du besitzt jetzt den Double-Action-Revolver. Ja, ziemlich geil. Wenn wir jetzt 50 Köpffschüsse erzielen, dann bekommen wir 52.000 GTA-Dollar. Und eine Spezialwaffe hat diesen Revolver für Red Dead Redemption 2, wenn man sich dann da anmeldet. Und diese Challenge machen wir, wie auch im Titel schon angekündigt, machen wir direkt noch. Also ab geht's zur Challenge. Und ja, machen wir 50 Köpffschüsse. Dazu habe ich mir einfach mal den Überlebenskampf rausgesucht, weil da muss man relativ viel schnell hineinander killen. Und ich glaube, es gibt ja nichts besseres, als einfach mal den Überlebenskampf zu machen, um diese 50 Headshots zu machen. Und ja, ich werde das ein bisschen mit Schnelldurchschlag für euch jetzt hier zeigen. So ein bisschen schneiden. Und wir werden uns gleich wieder sehen, wenn ich dann die Challenge geschafft habe. Also los geht's. Ja, und damit haben wir auch die Challenge geschafft. Du hast die Kopfschuss-Herausforderung mit dem Doppel-Action-Rollver abgeschlossen. Meld dich mit deinem verknüpften Social Club-Konto im Red Dead Redemption 2 an, sobald es versiegbar ist. Und wir werden uns der Waffe zu erhalten. Jo, super. Wir haben es geschafft. Wir müssen aber noch auf der Türchen gucken, haben wir jetzt sicher auch die 250.000 Dollar bekommen. Deswegen gehen wir gleich nochmal im freien Modus auf unsere Internetseite zur Matze-Bank. Oder zur Mace-Bank. Und schauen wir mal, ob die Transaktion tatsächlich erfolgt ist. Denn wir haben es direkt aufs Konto bewiesen bekommen. Und wenn wir jetzt hier auf das Überweisungsprotokoll gehen, dann sollten wir 250.000 GTA-Dollar sehen. Und das ist passiert. Nice. Wie gesagt, dieses Event geht nur einmal. Nur einmal, wenn ihr GTA Online spielt. Also haltet Ausschau, wenn ihr diese E-Mail bekommt. Und ja, ich wollte das Ganze mal machen. Ich habe es heute mal gemacht. Für euch ein bisschen zusammengestanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das war ein kleines Special. Ich wünsche euch frohe Weihnachten auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr, dieses Jahr, ein paar Videos. Keine Ahnung, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, guten Nacht, schlaft gut und danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. schwieriger Evil